Ich hatte nicht die Möglichkeit zu studieren, sondern habe nur die Hauptschule besucht und auch nur bis zur dritten Klasse. Aber im Leben habe ich mich immer mit Menschen umgeben, die sehr gebildet waren, fähig und vor allem voller Sehnsucht nach Erfolg. Die Liebe zum Auto war das wichtigste Merkmal, nachdem ich meine Mitarbeiter ausgesucht habe. Und da, Dardín, 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 Dardín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quiero saberte de ti y de tu vida. Quiero contigo bailar, déjame contigo bailar, sé que quieres bailar y yo te quiero conocer más. Dardín, 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 Dardín. Dardín, 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 Dardín Rekata, 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 quiera darte Rekata, Rekata Soy una felina que Rekata, conmigo olvídate de la que atrás ¡Suscríbete al canal!